Die Erfolgsgeschichte der Bürgerstiftung in Deutschland zeigt, was privat möglich ist. Und ich weiß nicht, ob ich schon gratulieren darf, bevor der Preis übergeben wurde. Ich finde es jedenfalls toll. Herzlichen Glückwunsch, sage ich Ihnen. Könnten Sie den Preisträgern dieses Jahres Ihre Aufmerksamkeit? Dass genau die Bürgerstiftung das mir gibt, was ich eigentlich gerne möchte. Ich bin dort eingeladen gewesen, habe sehr nette Leute kennengelernt und habe gesagt, da bin ich richtig. Was ich mir wünsche, ist, dass man hilft. Und da helfen uns natürlich immer Zuwendungen auch. Mein unriges Herz, du fährst ein bitte süßer Schmerz. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen? Mein unriges Herz, du fährst ein bitte süßer Schmerz. Sag nur, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen? Sag nur, wie weit, 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 wie weit Untertitelung des ZDF, 2020